hallo und herzlich willkommen zurück zu einem ganz ganz neuen angekündigten projekt und das mache ich nicht alleine gehört ist im hintergrund schon ein bisschen klimpern und bei mir ist nämlich wie angekündigt in meinem euro truck simulator der der opa zockt der extra für euch hier aus dem altenheim abgehauen ist einfach so ok wunderbar und deutschland packset haben wir genommen das 128 german natürlich also deutschland ist ja klar und da haben uns eine schöne karte erstellt ich mache sie mal auf bei mir ich habe so schon auf und habe auch gleich mal hier oben mit meiner maus gezeigt dass was wir hier oben spielen steht ja oben schön beschrieben da ja genau das steht ja in dem pixel okay ich habe das eigentlich gespielt das letzte mal glaube ich mit der v 0.5 also schon vier jahre her auf meinem kanal kennt man es ja schon ich spiele aktuell noch mit der 08 und kann nicht updaten komischerweise also für meine zuschauer hier unten sieht man so ein ganz kleines ding mit der öffentlichen hand gebaut wir sind von dem bereich unten auf der linken seite das heißt das alles hier gehört zu uns und ich bin rechts rechts ich schreibe ich mein navi immer an wenn es sagt links abbiegen ich bin nur rechts ab das war jetzt der rechte scherz auf meinem kanal das reicht jetzt auch von dem ganz ok wunderbar ja würde ich sagen einfach mal anfangen ich gucke auch schon gerade wo ich ach so erstmal muss ich hier noch mal ganz kurz meine anzeige umstellen und muss hier mal so ein bisschen transparenzbäume minimieren also auch damit man hier auch was sieht gar nicht so einfach sich jetzt zu entscheiden wo man anfängt ja ich bin am überlegen ob ich unten in langenau und eberswalde anfange aber es geht gleich auch überlegt ob ich neutraubling und adorf oben anfange aber mir wäre kehl und hahn fast lieber ja wobei berg und meran ist halt erstmal weil es sehr teuer ist da haben wir nicht so viele berge da habe ich den vorteil mit kehl und hahn dass ich da ein relativ laches gebiet habe weil wir da ja auch personen austauschen können richtig dann fange ich wahrscheinlich auch im berg da oben an dann haben wir uns darauf schon mal geeinigt dass wir zumindest schon mal einen umsteigebahnhof haben von anfang an oder eine umsteigestation ja zur erklärung wir haben einiges an den optionen umändert das kann ich hier zeigen ich habe die karte erstellt also ich hoffe den server auch das geht ja mit dem ist mit dem steam version die wir hier spielen das seht ihr hier oben die 77 53 ist die aktuelle steam version mit der geht das relativ einfach weil ihr da direkt den dedizierten server aufmachen könnt ihr müsst dann quasi nur noch hamachi aufmachen die eure ip von hamachi weitergeben und da könnt ihr mit bis zu fünf spielern über hamachi glaube ich da war das genau hamachi war 55 ich bin mir nicht sicher ansonsten korrigiert uns in den kommentaren gerne ja ich habe erstmal ja genau wir haben die einstellung wollte ich euch einmal zeigen denn die weiß ich jetzt nicht bist du jetzt runter geflogen nee gut alles alles klar ich zeige einfach nicht einmal die einstellung für alle also wir haben startjahr 1930 starting months und show months das ist ja egal wirtschaft der städte dass ihr das einmal gesehen habt die ersten fabriken kommen bei 2500 stadtwachstum also die erste stadt die 2500 einwohner hat die wird halt eine industrie aha also wenn du in den einstellungen fummelt kann ich nichts bauen okay dann war gehe ich da gleich wieder raus ich zeige es nur ansonsten haben eigentlich so ziemlich alles auf standard einstellungen gelassen so ein paar kleinigkeiten das ist aber nichts besonderes ist halt nur an die größe der karte angepasst dass sich das alles ein bisschen verteilt die maximale umsteiger haben wir noch 20 hoch gemacht und sonst eine einstellung landschaft ja ansonsten haben wir eigentlich nicht viel gemacht ich wollte ja auch mal irgendwann tutorial machen wie ihr die spielstelle noch verändern können nachdem ihr das spiel gestartet habt das mache ich auch irgendwann die woche noch mal mal gucken ich bin momentan ein bisschen em geschädigt aber ich fange jetzt erstmal hier irgendwas zu bauen ach genau bits per mann sind auf 22 das heißt alles was wir bauen ist ein bisschen teurer und ich bin jetzt überlegen ob sinnvoll ist erst mit straße anzufangen als mit schiene also irgendwie scheint so bei mir hängt gerade alles ja das mag jetzt daran liegen dass ich hier eine mücke rumfliegen habe jetzt ist sie tot jetzt geht es ja okay also also ich hoffe nein das spiel ist nicht mehr synchron sagt dann jetzt hier ja okay das kann das kann wirklich daran liegen du kannst direkt wieder reinkommen muss halt nur die ip nachher einmal weg machen genau und online spielen na gut die hamachi ip erinnert sich ja so und ich hoffe halt mit 10 m bits das ist normalerweise mehr als genug da könnt ihr locker mit 67 spielern eine karte bespielen wenn jetzt nicht irgendwie so eine mega karte wie meine deutsche karte nehmen die ist ja schon ein bisschen mehr damit mehreren spieler spielen wollte ist simotrans ja recht stabil richtig so sparte ich war halt durch die steam version spart ihr euch halt einfach die das umstellen mit dem blöden dass meine eigene exe anlegen ist nur für den server zu starten ok ganz wichtig ist im multiplayer das terraforming nicht zu übertreiben so eine beschissene stadt bei mir ja ich bin auch los ist echt hier am überlegen wie ich das am besten mache waren wir sind halt echt teuer da werde ich jetzt mal mit straße bauen weiß ich orientiere mich jetzt erst mal noch mal ganz anders ja hahn ich bin auch noch da man echt nicht einfach hier das ist die städte sind halt schön weit auseinander ja warenliste einmal gucken straße und es ist 50 km auf der straße die straße muss ich doch schon ein bisschen telefonen machen auch so na gut terraform mit 1250 pro links das geht aber noch potenziell so das sind schon viele aber der zehnte führer wenn wir eisenbahn bauen 80 war also müssen gleich schnell werden hier um uns hier ist mein depot hin mal gucken bei sondieren ich gebe gesagt ich spiele das packset ja gar nicht weil ich nämlich die optik von den zügen nicht so schön finde oder irritierend finde es ist es ist ein schönes packset muss mal dazu sagen ja so ein luxusproblem ja wirklich mal gucken von der leitung hin dass ich das sehe S-Bahn haben wir schon noch da noch da jetzt hör doch mal auf hier mit der blöden fliege da wo kommt denn die her fliege ja dann machen wir erst mal hier jetzt bin ich mal gespannt was ist jetzt hier an verfügbaren bus oha oha das post auto fährt gerade mal 45 der bus fährt aber der bus ist viel billiger dann nehmen wir den bus hier ach der einzelhändler der einzelne nimmt das wort billiger in den mund da habe ich in der berufsschule auf die fresse da habe ich in der berufsschule auf die fresse gekriegt bin ich jetzt mal gespannt machen wir post gleich mit dann können wir das wachstum schon hoch treiben naja ich überlege auch gerade ich überlege auch gerade oh nein kein neuen fahrplan halt in länge 4 das passt perfekt na komm schon BRK starten da muss das postauto hinterher fahren aber ich glaube in dem packset überholen die fahrzeuge sogar auch das machen die in jedem packset es müssen halt nur 20 gerade felder da sein damit die überholen und es darf kein auto entgegen kommen und ja es gibt es ganz viele faktoren die das ausmachen geht aber potenziell in jedem packset bei mir sagt er schon 62 ohne route dann geht er schon gut los hier ach gottes willen also die die preise hier die gehen ja echt jetzt muss ich nur halt aufpassen ich mache mir mal hier am besten gleich mal meine firmen finanzen auf dass ich nicht gleich völlig in die roten zahlen rutsche frei kommen und den bus hier nochmal und das postauto am besten nochmal aber ich glaube ich habe eine minute zu viel erstellt genau na jetzt werden wir den bahnhöfen ein bisschen gucken die sind echt teuer die hornreihen ich muss mal hier irgendwie mein fernsehen ein bisschen leiser machen weil ich den im hintergrund höre und daher heute ein wunderschöner freitag ist an dem ja in england eine volksabstimmung stattgefunden hat der irgendwie für den ein oder anderen unbefriedigend ausgegangen ist ich gebe gerade mal so ein bisschen bei dir spannen was du nicht so schönes machst aber du fängst gleich mit zügen an ja die sind gar nicht so teuer und wenn du mal auf die städte guckst ich weiß nicht ob du das schon kennst und so in der stadt anklickst dann kannst du ja gucken wie viele passagiere da produziert werden ja genau 276 10 februar wenn man da relativ schnell entschieden ist dann kann man da gut geld verdienen schon wenn ich dann nachher nach ölsen gehen würde schon direkt weiß wenn wir von mirane kehl schon irgendwas machen dann muss ich mal gucken wie ich das wie ich das handhabe also ich lass die züge jetzt habe ich das spiel ausgemacht gut warte mal kurz auf meinem dashboard habt ihr mal gesehen was bei mir lage ist eure zeichen mache ich natürlich weg ähm ich wollte dir die karte hier einfach zumachen warum genau oi 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 das ist schön teuer ne ja und die leute wollen nicht sagen wo ich sie hingehen würde warte mal wir haben sogar hier im norden haben wir sogar irgendwas ein apollo apollo tempel kassel mit 240 passagieraufkommen apollo tempel ja was ist hier noch am see hier ist irgendwie das sieht aus ein leuchtturm wahnemünde mit 120 ich sollte mir vielleicht hier mal auch mal die die reiseziele attraktion ach hier es gibt attraktion ja die angestellt ach ja zehn stück hat mir angestellt hast du recht genau du hast um ölström sehr glaube ich fünf stück aber kleinere ich habe da ganz oben links in der ecke so ein riesen ding also so ein sehr roh oh was ist das denn ein schloss arolsen mit 600er passagieraufkommen hohohoho Touristenagreaktion kann man ja zu noten mit der öffentlichen hand nochmal in einer offline paar platzieren wenn das zu wenig sind ich glaube bei mir spiele ich mit gar keinem was ist das hier hinten das ist noch so ein apollo dinges gerät jetzt übrigens kein cheaten was ich hier mache weil es ja einfach gegebenheit ist dass ich mit der bushaltestelle das rathaus abdecken kann ach so erweiterst du gerade deine Haltestelle ja ich eine Bushaltestelle müsste ich ja so oder so bauen das ist dann jetzt halt einfach nur neue linie weißt du erstmal hier nach hier jetzt ist die große frage schließen wir ist natürlich doch schon eine etwas weitere strecke darüber aber wenn wir das ding da anschließen könnten wir eventuell weiterfahren nach Trostberg das Teil ist da auch echt bescheiden gespawnt da komme ich auch so ohne Brücke gar nicht so wirklich ran eben was wir hier haben Postenextros bauen müssen ne ok also meine ersten linie sind grün das heißt also Postverschicken sie schon ja ja ähm Post würde bei mir theoretisch auch laufen das Ding ist halt einfach nur dass es hier in dem Packset ja keine gemischten Stationen gibt quasi doch hier das Rostocker Tore was gemischtes genau die das sind auch die die ich halt nutze ja die sind ja teuer die die kosten einfach mal doppelt 208 was kostet das 1044 ja da bist du günstiger dran wenn du eine Post im Briefkasten und eine Bushaltestelle aufstellst ja 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 unterschätzt das nicht das sind fast 800 Flocken die du da spaß 1076 ja 600 Flocken sind das ungefähr die du spaß aber bei mir geht Post jetzt auch schon los ja Post ist das einzige was bei mir los geht im Moment ja bei mir ist beides so wie kommen wir jetzt da rüber ähm baue ich hier die bauen wir lieber hier so rüber oh es ist es ist verdammt schwer muss ich die ganze Zeit sagen ich will auch nicht zu viel jetzt bauen wir werden relativ schnell ins Auszocken hier ne richtig und das muss nicht im Sinn sein so neue Linie von dort nach dort das ist Berka Berka Leuchtturm ich hoffe mal dass ich mit dem Leuchtturm da eventuell das habe ich wieder eine neue Linie gemacht verdammt Berka Berka komm schon nein starten den löschen brauchen wir nicht ob ich damit halt alles hier so ein bisschen ach das ist ja ein Packstat was noch gar keine halben Höhen hat ne oder überhaupt gar keine halben Höhen richtig da war ja was da kriege ich Augenkrebs oh aber ich muss da so oder so runter so ich bin jetzt schon bei laufenden Kosten im Monat von knapp 10.000 und zwei Säcke Post da sind auch nur zwei Säcke Post das ist das ja Post ist das eins was läuft ich hoffe mal dass ich das jetzt da ist der erste Passagier der nur einmal nach Berka weiter will verdammt aber ich lege jetzt alle Hoffnung jetzt erstmal in den Leuchtturm hier rein der mir 120er Aufkommen gibt soll ich dann mal nicht hier hier ah scheiße hab ich jetzt gepennt da machen wir auch noch ich weiß gar nicht wie es mit Stadt Afflektionen wie sieht das hier aus mit dem Wachstum wachsen die relativ schnell ähm ja doch ich hoffe doch mal das hier also schlimm weil die Bäume blöd minimiert sind aber so da haben wir jetzt die ersten zwei Säcke Post das heißt so die ersten Einnahmen werden jetzt gleich kommen die werden aber wahrscheinlich bei weitem noch nicht meine Kosten wecken ach so hier komm mal Betriebskinder machen Bankrott ist ja hier nicht das Problem man kann ja weiter einsteigen richtig aber ja genau hier jetzt gehts los da kommen die ersten vier Passagiere jetzt wirds besser und das noch ohne in der Leuchtung ja gut das Problem ist halt hier die müssen ja erstmal einmal komplett die ganze Runde fahren bis die das halt komplett erkennen oder anerkennen so ist es und dann gehts erst los das heißt vielleicht sind die Befürchtungen die man jetzt am Anfang hat ähm ein bisschen aber ja so der hat schon viel drin der hat schon zwei Säcke Post drin ja jetzt bin ich am überlegen schließe ich das Ding da oben noch an ich meine ich komme jetzt hier rum und könnte das ich weiß es kostet Geld aber ich würde gerne der Stadt hier gleich immer ein vernünftiges Design mitgeben bei mir wachsen die Städte oder sie wachsen nicht so dann fahren wir hier mal was komm ich wie komm ich denn jetzt am besten da rum da lang da lang vielleicht hier rum warte ich dann ganz kurz da hemmen unten ist bei mir echt am Arsch der Welt ah ok da kann ich aber schon viel machen jetzt hier in der Ecke oh ich bin nicht mehr synchron hm kann nicht mal wieder passieren aber nicht bei der Stimme äh auch ne Netzwerksspiel zack Serverfragen online spiel auf gehts ja und kann ich wirklich noch mal Stuhl trinken aber ich muss dir ganz ehrlich sagen ey ich freue mich wie ein frisch spanierte Schnitzel das gerade in die Pfanne hilft auf dieses Projekt so viel Spaß wie ein Tornado auf dem Campingplatz ne genau über Tornado sollte man aber momentan keine Witze machen glaube ich na gut das ist richtig jetzt dann aber auch sehen wie man will so so da ist er wieder und jetzt wird wahrscheinlich gleich hier wenn ich anfange zu bauen wird er meckern äh gib dein Passwort ein du Arsch du ah ja genau so da ist mein Passwort ja nicht ich tatsächlich oh schon wieder nicht im Kron ok na gut das ist weil wir wahrscheinlich jetzt am Anfang sehr viel gleichzeitig bauen ja das mag daran liegen ja gut die Serveradresse können sie sehr ruhig sehen ist ja so die Hamachi Adresse also ja abgesehen davon müsste erstmal eine Hamachi Gruppe drin sein der zweite Punkt ist dass das Spiel ja nur online ist wenn wir gerade am Spielen sind ja richtig so dann übertrag mal schnell die an eine Kneipe ist überflutet irgendwo ganz böse böses Wetter einfach eine Kneipe überfluten hallo hallo das ist ein Klauen einfach weg Han jetzt kann ich gerade nämlich Klauen ach so ja jetzt Passwort genau mein Passwort wieder so zack Passwort Rinder mal nach hinten ähm Han wo muss ich denn jetzt überhaupt hin ich versuche das ganze jetzt erstmal mit irgendwie mit Touristenattraktionen hier zu verbinden und erstmal alles per Straße weil ich glaube die Schienen das wird zu teuer auf Dauer und wieder nicht mehr zu holen ja das ist jetzt ja das liegt daran dass wir halt alle jetzt beide heftig bauen weil du ja wahrscheinlich gerade auch sehr viele ähm Straßen gerade am bauen bist oder Schienen schätze ich mal Straßen habe ich bis jetzt zwei Stücke gebaut also zwei aber du baust gerade an den Schienen wahrscheinlich rum ja ich habe bis gerade meinen Fahrplan gemacht ne ah ok das ist halt auch noch so ein kleiner Bug im äh Multiplayer wenn du in der Fahrplan Übersicht umdokt hast und ich auch umdokt da dann äh also sieht übel aus achso Passwort 432 achso man sollte das Passwort nicht erzählen wie ist das wieder besser spät als nie gemerkt mal ein bisschen runter burschteln ne mal ein bisschen runter burschteln ne dann bin ich nicht gut dann mache ich mal schnell von dort nach dort das ist jetzt von Berka nach Altenau Apollo Tempel ich vermute aber es gibt ja ah jetzt habe ich den falschen Bus gekauft verdammt Berka Altenau Apollo Tempel starten und das gleiche nochmal mit dem Post Auto starten es gibt ja jetzt hier auch so eine tolle neue Funktion in der Linienübersicht aber ok man sieht als Transportnetz sogar dein Transportnetz ok aber es gibt jetzt hier ähm den Reiter freie Kapazität war schon länger so naja in der 08 gibt es den noch nicht ja das hat das hat nichts mit dem Packset zu tun das liegt an Simotrans du spielst ja deine deine Let's Plays noch mit der 1.12 genau so achso ich kann ich kann jetzt hier achso Transportnetz alle Magnetbahn, Schwerebahn, Züge ok das ist alle und hier kann ich jetzt anzeigen dass ein Ramagani du oder alle und da sehe ich halt dass eine Linie bei mir rot ist das wird wahrscheinlich heißen dass ich da wahrscheinlich noch sehr viel freie Kapazität habe ähm ne grün wenn du rot hast ist da wenig freie Kapazität naja gut also die Züge bzw. die Busse hier sind ähm warte mal ich kann das kann man ja auch in der Linie fallen sehen das ist Berg am Iran da habe ich eine freie Kapazität von über 500 Stück also eine Auslastung von gerade mal 10% das heißt also rot wird wahrscheinlich sein würde sich meines Erachtens so ein bisschen widersprechen aber ja eigentlich schon ja auch noch buggy sein werden wir ja jetzt in der nächsten Zeit sehen wie sich das entwickelt wenn das natürlich dann grün wird findet kein Weg mehr ja wunderbar da geht da was oh verdammt jetzt sieht man ja ohne Romzeit schön schön ja geh mal pleite da schön komm geh pleite ich noch nicht ins Hemd oh ja gut es ist ja noch ein kleiner Puffer da oh du bist aber schon sehr weit ja ohohoho ok ok ich sehe ich mach mir keine Sorgen ich glaube ich sollte mal sehen ich labere hier die ganze Zeit und hab nicht gesehen dass da nach rechts das schon deutlich weiter geht da sind ja schon überall die Gleise gelegt ich sollte mal und das geht sogar alles mit einem Zug ich sollte vielleicht mal ein bisschen Gas geben minimal ich hab jetzt die Frage es ist natürlich die Frage ob sich das bei mir aufgeht was ich hier baue ne kann auch nach hinten losgehen weil ich halt übertreibe aber finanziell sieht es gut aus 64.000 ist noch übersichtlich da kann ich noch ein paar jährchen mit überleben so also Monate Betriebsgewinn ich liege im Moment beim Betriebsgewinn von 2200 minus aber da ist es noch nicht meine 13.000 laufende Kosten da bin ich doch eher so ein bisschen vorsichtiger du musst ja gucken dass du möglichst schnell viel miteinander verbindest weil umso schneller umso schneller kriegst du deine Züge ja auch voll also bei Bussen ist es jetzt nicht ganz so schnell weil die Kapazität halt nicht so hoch ist aber bei Zügen ist es schon sinnvoll wenn man da viel verbindet was hat dein Zug für eine Kapazität ich glaube jetzt 25 Post und was nimmt er noch mit ich muss jetzt einfach meinen Zug finden hier der nimmt noch mit 129 Pax gut ein Bus macht bei mir 50 Paxe und ein Postauto macht 30 Post irgendwo hier ist eine Mücke die mir extremst auf den Keks geht aber der Apollo Tempel hat aber schon 6 Sack Post das heißt das wird sich das wird sich gut ausgehen das könnte ich mit dem Apollo Tempel noch Altenau verbinden erstmal das sollten wir wahrscheinlich auch ziemlich zügig machen aber da ist ein Berg Ah Altenau Altenau ich glaube hier oben muss ich schon fast mit einem ja hier muss ich schon Nahverkehr in Angriff nehmen aber warte mal wir könnten theoretisch hier lang und gehen über den Apollo Tempel ah dies mit ah nein hier ist noch ein Berg nach unten aber das passt ich würde auch ein bisschen anders bauen können das passt doch nicht da muss ich aber das passt so weit vorsichtig mal einmal muss ich wohl jetzt tatsächlich hier mein erstes Straßenfahrzeug durchschicken ja aber wenn ich so mal auf die Uhr gucke wir sind schon bei mittlerweile 30 Minuten ja ich habe ja kommt gut hin ich habe ein bisschen später meine Uhr gestartet das kennt man ja bei mir dass ich meine Uhr ständig vergesse würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge genau dann schließen wir das hier in der nächsten Folge an kommt nämlich jetzt direkt im Anschluss nehmen wir die nämlich schon mal auf ihr seht die aber erst am Dienstag um 14 Uhr war richtig genau die Folge müsst ihr jetzt genau am Samstag die ist für morgen Samstag vor dem Deutschlandspiel genau Samstag 14 Uhr stimmt die Folge kommt eher raus als mein Infovideo ok wunderbar sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin gibt es von mir wie immer eingepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal und Opa darf sich natürlich auch noch verabschieden genau ich sage tschüss Ikowski bis zum nächsten Mal tschau 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 kros krom 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 krom